nachdem ist ihm das gezeigt ja der macht superheil oder 1-2 gestern sogar ich hab gestern sogar ein paar davon geguckt ja also er wird langsam berühmt dieses dieses level damit Platz oder wie die heißen berühmte Bibliothek Level was alle immer Bibliothek finde ich super und er hat ja auch einen Kill für den Mettie Wölver gewidmet kannst du dich noch dran erinnern da war eine Aufnahme davor hat er einen Kill für den Wölver gewidmet das war nee dann war der Tim so heißt der der hat ein Kill für den gewidmet und zwar war das so ein kleiner Flattpupel oh das ist ja ein sehr ja okay und das hört ja ein Lied ich hab's grad ein bisschen näher an dem Mikrofon das nennt mich immer ein Stronghold das ist irgendwie so ein Mittelalter Lied so ein ähm keine Ahnung woher das Lied ist also wenn ihr wisst wo das Lied her ist richtig wieder zu schnell nein also wenn wenn ihr wisst woher das Lied ist dann äh bitte sagen oder ähm schweige für immer äh schweige für immer ein guter Film den ich noch nie gesehen habe ist mir gerade eingefallen Schweigen der Lämmer ja ein guter Film den ich noch nie gesehen habe ich auch noch nicht also mein Vater hat das Buch dazu gelesen mehr kann ich jetzt nicht sagen also besonders ja wie gesagt wir sind in der nächsten Aufnahme die wir gleich tätigen da werden wir auf jeden Fall den Boden ändern keine wooden Slaps mehr Steps Slaps was auch immer mehr äh eher dann so Holzblöcke und ein Wunsch von äh gewissen Minecraft Zuschauern die sollten auch erklären wie man eine Sache baut denn äh man meint dass ein Let's Play dafür da wäre um auch zu gucken wie man die Sachen baut und deshalb da hab ich mir ehrlich gesagt Kronk angeguckt ähm weil ich das erste Mal Minecraft bekommen hab ich du kannst am Anfang natürlich noch gar nix in Minecraft wenn du das erste Mal spielst ähm ich hab mir Let's Play von Kronk angeguckt jo da lernt man also wenn guckt euch Let's Play von Kronk rein bis Part 18 und dann die anderen Sachen lernt ihr halt von Kumpels oder so ja also ähm ich bin ja mal wieder so ein Vollnoob der seine Freizeit verschwendet ich hab alle Minecraft von dem schon gesehen ja das ist wirklich Verschwendung ja ich glaub gestern ich glaub ich glaub gestern kam 560 raus heute kam 561 äh ja das kommt immer abends ja egal da oh nein jetzt wisst ihr wann wir sie aufnehmen und wie spät wir sie hochladen oh mein Gott ja also ähm das ist natürlich schlecht wenn man das so macht da kann ich auf die Comments reagieren aber wir versuchen so schnell wie möglich so schnell wie die Feuerwehr versuchen wir auf eure Wünsche einzugehen dass sie auch in Erfüllung gehen ja Moment ich gucke ja mal sehen das ist so 13 Minuten 3 Minuten ja okay ich glaube wir schneiden das auch in 2 Part so ähm 11 Minuten wieder oder ja das sind ja 20 Minuten ja wir können wir können wir können ja meine ein Video 4 Stunden lang machen oder 1 zu 10 Minuten das natürlich super nächste Aufnahme so da weiter weil da haben wir grad ein super Frame ja da geht da macht grad die Frames Spagat also nicht wundern Frame Spagat das hasse ich das Wort das hasse ich extra noch auf ah ok zum Glück jetzt geht die nächste Aufnahme ah ja da haben wir ja ne kurze Aufnahmestopp gemacht zum Glück dann ähm wieso brauchst du mit der Spitzhacke Erde ab weil ich zu faul war die Waffe zu wechseln das ist doch dran das ist keine Ahnung Minecraft Minecraft beruht ja auf einer Zusammensetzung ähm mein Frame Spagat das beruht ja auf Zusammensetzung von einfachen Sachen zum Beispiel wie man sich schaufeln macht zwei Stöckchen und ein Stein oder so das wird ja auch logisch gemacht ja ja damit du doch verstehen kannst Alter du hast gerade irgendwie verliegen die Deponia Hype oder Handy hinterkommt Deponia Desktop hinterkommt Deponia Deponia Dept 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 Sonderes der Postmann aus dem Postamt ah ja keine Ahnung ich hab ich hab äh Drogelböcher ne keine Ahnung ich hab die letzte Plays noch nie gesehen von irgendjemandem äh von Dept 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 ja ja ich weiß äh ich schäm mich unter der Selbstverkloppung ja also ich hab mir das meiste reden ich hab mir wieder hier so einen schönen Zettel gemacht ähm also ne ne für die nächste Aufnahme da haben wir wenigstens Entschuldigung oder äh ja für so ja für so Monster ähm was fällt mir denn gerade ein ah deine toten Augen machen mich so sentimental ne was du das denn hier hab ich von irgendjemand von Let's Play ich gucke hier öfters ist das von Minecraft aber ein ähm äh es wäre von Minecraft da sind vier Typen ja da sind vier Typen die spielen natürlich bei Internet Browser also das habe ich nicht so geht dagegen zu sagen und wir sterben gleich wegen einem Elitenhundert Hungertod ja wir sterben nicht oh nein wir spoilern wir spoilern ja eigentlich nicht weil viele Leute wissen denke ich dass man ähm das Video hängt grad der Absatz das Video wie so hängt das Video ne das ist nicht ach so ja da bin ich ah nein 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 wieder wieder zurück mein Gott mein Gott mein Gott mein Gott mein Gott ha ha ok ja lasset lasset einfach so lasset es einfach mal so ja ok wir auf der Aufnahme bauen wir grad irgendwie einen Kindergarten haben ja ja mein Gott hast du den Witz verstanden? nö Minecraft mein Gott diese schlechten Witze da ja also diesmal war ich weiß nicht darüber muss mich immer bei Freunden zu euch für aufregen das bei denen selbst die schlechten Witze gut sein müssen naja wenn wenn ich einen schlechten Witz sag ich mal ist so mach ich so noch diese blöde hahaha Stimme wieso der war schlecht klar ist der schlecht deswegen mach doch die hahaha Stimme ähm also wenn ihr also nicht aufregen denn Fraps das ist grad übelst am hängen wie es aussieht denn äh warte irgendwie kommen wir kein Einzelbilder egal wir labern jetzt einfach mal ah ok wir labern weiter also kann sein dass das äh asynchron ist aber wir bauen grad mit der Schaufel irgendwas ja also auf Wunsch bin ich jetzt auch mal lauter ähm es wurde schon oftfach gewünscht oftfach gewünscht öfters öfters warte ne öfters gewünscht dass ich dann halt lauter bin denn ich hab ja mehr zu labern und wir wollen ja auch abschalten vom Stress des Alltages dass einfach alles liegen guck eine Folge Minecraft dann geht alles schon viel besser natürlich mit uns beiden natürlich nein davon wird's doch schlimmer scheiße ist doch egal ja also ich lasst eure Sorgen hinter euch ja lasst eure Sorgen hinter euch ähm wir sind ja extra ja also let's fail Minecraft äh es gibt ja viele Sorten davon es gibt ja viele Sorten davon Apple war hat 100.000 Abonnenten jetzt herzlichen Glückwunsch kennst du Apple war mit? natürlich das ist auch dein Typ drin der immer gegen LeFloid dann da Videos gemacht hat zum Beispiel so so und so viel Filmen so und so viel Sekunden da 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 finde ich da finde ich äh Challenge Schokoladenfabrik du bist auf einst so schön ich verstehe kein Wort Ende das hat aber von LeFloid das gewesen äh ja klar LeFloid finde ich sowieso besser als Apple war äh Apple war hat aber auch ein Video gegen Akta gemacht und am Ende noch eine Ansprache für die äh naja ich sag am besten nichts mehr ne 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 könnte alles vergleicht vergessen was ich gerade in den letzten Link in der Beschreibung ne Link also in der Beschreibung gibt es noch mehr Spielspaß wie TTTLP und da wären wir ja natürlich auch noch die Nachwuchs Let's Player CentenLP sind gar keine Nachwuchs ne gar kein Nachwuchs ne wir auch jetzt kommt wie das Beschissen Lied äh nein nein ich finde das ich finde das Lied natürlich sehr super ja ja also wenn ihr die Musik ein bisschen mehr hören könnt dann könnt ihr ein bisschen lauter stellen und auch den Julian wenn ihr den mehr hören wollt als ich da könnt ihr auch ein bisschen laut stellen dann hört ihr ein bisschen mehr von ihm äh also falls ihr vor den Juli verknallt seid könnt ihr den seine Stimme hören verknallt und es gucken Punkt 1 kein Mädchen steht auf mich Punkt 2 kann ich verstehen es gucken nur Jungs ne Punkt 3 ich glaub nett dass die schwul sind ach so wenn die schwul sind dann will ich dich irgendwie zu tun haben ja dann guck die Batman Headspace da ist nämlich auch was für die Pedos dabei nix gegen Hobos ne also ähm ein bisschen auch egal ob jemand schwul ist also ja auch soll ja jeder sein was er sein wolle will ja so und ich kann ihr was entgegensetzen es gucken auch Menschen zu Mäzzi weh dass du angestiftet unter das Feld zu gucken also äh die fühlen sich jetzt schon angesprochen ok ich will auch jetzt mittlerweile gar nicht mehr wissen wer das ist ja ja lausche den wohl erhabenen Klängen der Musik ok schon genug das war grad so ne leichte das klingt so ein bisschen wie Sims erinnert mich an Sims Sims Baumodus wo soll ich mal die Nachtplaylist anmachen mal zum Spaß so am Tag die Nachtplaylist ok mach einfach die Nachtplaylist ok was habe ich denn da zum anbieten kurz rausgehen ähm Tag Nacht die Ausnahmen mach ich jetzt nicht an ja das war mal für ein Vortrag mit Wölber ok Nacht Vortrag und darfst du überhaupt ein Publikum vor hm sein Delta ja Krone Delta 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 wir haben grad wieder oh 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 das Video ist gleich zu Ende Yo das Video ist gleich zu Ende Yo das Video ist gleich zu Ende das Video ist gleich zu Ende ja ok dann warte noch nicht jetzt ist noch lange Zeit also noch eine Minute mindestens ok so wie lang dauert das Video da das bestimmt letzt oder ja das Video ist vor das letzte also was guckt ihr euch da für einen Scheiß an ja was seid ihr eigentlich schon einfach ne der Julian hat auch nur gute Idee mit dem Haus also lasst euch überraschen lasst dich überraschen wenn die halt die Schnauze ich halte jetzt die Fresse denn das äh tolle Musik was war das denn was Jimmy Hendrix also ähm ich hab ja da voll verpennt äh irgendwie so eine Höhlen playlist zu machen deshalb hol mal die Nacht Playlist die Musik ist gerade der Erbslaut das aber hol mal grad äh die Nachtmusik für die Höhlenmusik und davor machen wir noch Brot das wieder mit dem Weizen hier machen also freut euch auf spannengeladene Let's Plays das ähm ein Bett dem Kornfeld oh jetzt 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 ich halte die Schnauze ja ich halte die Schnauze also erstmal hier abbauen schön das was ins Wasser gefallen weißt du was viele ja auch vorschlagen Metti dass Kronk oder Equitas oder so zu DSDS gehen Scheiße sich dann bewerben kommen dahin gehen Equitas kann natürlich super singen und dann sagen Kronk kann auch super singen aber der hat ja um 200 Abonnenten bestellt der hat ja auch super gesungen dann ähm dann ja nach dem Weizen dazu sagen ne ich hab keine Lust geht dann wieder raus so warte ich glaub so Freunde wir würden